Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mal wieder ein Tauschpaket gemacht mit der lieben Pyro-Suchti und ich habe, das habe ich gestern schon geöffnet gehabt, das kam schon gestern, aber wenn ihr das Video seht, ist es schon eine Weile her, aber jedenfalls habe ich mich entschlossen, dass ich da doch ein Unboxing mache, weil ja doch schöne Artikel drin sind. Und was er mir alles geschickt hat, da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Das fängt an mit den Shootingsdorf von Meko, sehr schönes Bombenrohr, Knistersternbombenrohr, mit altem Warnzeichen noch, sehr, sehr schön. Dann eine ganze Packung von den Junior Chikos von Meko, 90er Jahre, Explosionslogo, sehr, sehr schön. Und dann das Zettel, das konnte ich mal nachschauen, von welchem Jahr das sind, und zwar sind die von 1996, 1996, nicht so ein Jahr jünger wie sie ist, sehr, sehr schön. Dann geht es hier weiter mit der Idena Stabsonne, auch sehr, sehr schön. Aktuelle Sonne, habe ich aber so noch nie gesehen von Idena, sieht aber sehr gut aus, von der Vorarbeitung her, bin ich echt mal gespannt. Richtig schön, kann man echt mal testen das Teil. Dann geht es weiter mit bengalischen Fackeln von Meko, auch mit Explosionslogo, sehr, sehr schön. Als nächstes die Sonnenkreisel von Feistel, Feistel Piepenbrock Pyrotechnik, auch eine, die sind Mogniko verkauft worden, haben sogar das Housepoint-Logo, sehr, sehr schön. Auch eine Tigerhead, Tigerhead ist es. So, ob die Kamera scharf macht. Ja, ja, Tigerhead-Logo. Sehr, sehr, sehr schön. Erstmal ein bisschen Klasse 1 jetzt. Dann die Flitze Feuerstein mit schwarzem Kingsplay-Logo, auch immer wieder schön, die Teile. Also wirklich. Dann die Flitze Feuerstein mit rotem Kingsplay-Logo. Echt schöne Teile, hier ist die. Verpackung nur öffnet, da kann ich mir ihn rausholen. So sehen die aus. Das sind wirklich schöne Teile. Mit solchen Vulkan, die alten, da machst du nie was falsch. Die sind von der Brenndauer her auch noch schön. So, dann Feistel, Feuerkreisen, kennt auch jeder, mit grauer Lunde meistens. Es gibt auch welche mit grün. Mal sehen, was das ist. Ich mach mal auf. Schau mal rein. Die sind mit grauer Lunde. Sehr, sehr schön. Also auch wieder sehr schöne Teile. Machst du nicht falsch. Jetzt weiter mit Klasse 1. Ja, ich lass mal ein bisschen Klasse 1. Jetzt mach mal. Das war halt nachts. Zweimal Schmetterlinge von Meko, auch mit Kingsplay-Logo. Immer wieder schön, die Teile. Da kann man auch echt nie genug haben. Von Magic Stars. Schöne hier auch Klinister-Vulkane. Oder Knallsterne. Äh, knallende Sternschnuppen. Auch richtig schön, die Teile. Echt ein schöner Artikel. Dann Silberblüten. Vollen Weko mit Kingsplay-Logo. Hinten noch mit Sachsen-Fahrwerks-Logo. Auch sehr, sehr schön. Dann Gold- und Silberregen und Goldregen von Weko jeweils. Die Gold- und Silberregen sind noch nicht ganz so alt. Müssten wir aber oft denn... Ach, hier ist was anderes drinne. Jetzt hast du gesehen. Goldregen auf jeden Fall. Na, schauen wir mal rein, was hier drinne ist. Oh, Pyro-Quacker von Komet. Sehr, sehr schön. Hersteller aus SQ. Aber schön. Wundert mich jetzt ein bisschen, weil er wollte eigentlich Komet alles haben. Weil er Komet-Sammler ist. So, weiter mit Klasse 1. Die Feuerlinge von Feistl. Piepenfrock. Auch immer wieder schön, die Teile. Kleine, schöne, leuchtende Fontäne. Also echt herrlich. Feuer Rix und Feistl. Sehr kraftvolle Brummer. Sechs Stück in der Packung drinne. Auch richtig schön. Ich liebe solche alte Klasse 1. Jetzt geht's schon ein bisschen zum Highlight. Und zwar Savi-Schwärmung. Kann man auch nie genug haben von den Dingern. Richtig geil von der Verarbeitung her. Hinten noch gewirkt. Sehr, sehr schön. Dann, eine Schachtel Silberpiraten, aber mit anderem Inhalt. Und zwar sind hier drinne XP3 von Xplot. Dann Trecken, Gong und Kamikaze von Pyrofactory. Auch sehr schöne Brunner. Allerdings, wo ich die Packung ausgeräumt hab, wo alles voller Toner drin drin ist. Also irgendeiner von denen läuft aus. Muss ich mal in Ruhe schauen. Aber macht mir trotzdem nicht falsch mit. Gut. Als nächstes Riesenschienaböller von Wekung. Nur mit P2-Zulassung. Ideen nach oben. Sehr, sehr schön. Fühlt sich auch noch richtig roter an. Dann eine Streichhölzleine. Streichhölzsammlung. Mit verschiedensten Streichhölzungen. Ist nur noch Stumpfstreichhölzer von Riesa drinne. Sehr schön. Sind auch noch von DDR-Zeiten drinne. Also wirklich sehr, sehr schön die Teile. Dann Sternthaler von Beko mit Explosions- und Kingsplay-Logo. Auch richtig schöne Blinkstern noch. Macht da auch nix falsch. Popip, China Ballard. Auch immer wieder schön die Teile. Macht mir nicht falsch. Also da tauscht, das war schon eine größere Nummer. Das müssen wir schon bitte zugeben. Das ist halt Kometsammler. Ich habe mein Komet nicht so wichtig empfunden. Deswegen habe ich das ganze alte Komet, was ich hatte fast alles zu ihm geschickt. Und er hat mir halt dafür das geschickt. Als nächstes ist eine Packung Space Frister. Da freue ich mich riesig drüber, weil die Teile... Jetzt kann ich sie auch endlich mal testen, richtig. Sehr schön. Dann wieder ein Highlight. Das ist die Phantom-Sirene aus den 80er Jahren von Beko. 80er Jahre deswegen, weil sie noch die BRD- und West-Berlin-Regelung hat. Das kann ich euch gerne mal zeigen. Das ist hier unten auf der Seite. Die Kamera scharf wird. Kamera. Du darfst jetzt sehr, sehr schön. Also wirklich ein Highlight mit. Ein großes Highlight. Weil... Weil... Altes WECO Feuerwerk gefällt mir irgendwie. Dann China Böller A. Also China Knallung von Beko. Nur mit alten Warnzeichen. Auch sehr, sehr schön. Fühlt sich auch sehr hart daran. Und noch eine einzelne Juniotschickung. Dann Bengalhölzer von Beko mit Sachsen Feuerwerkslogo. Auch immer wieder schön die Teile. Passend in jede Sammlung eingeschreien. Als nächstes. Das Knisterkometenbombe. Äh, die Knisterkometenbombe von Beko. Auch immer mit alten Warnzeichen. Schönes Kaliber. Also ich schätze mal 3 Schunkkaliber wird das sein. Sehr schön. Leider gibt es das ja auch nicht mehr. Dann noch Maschinenknaller mit alten Warnzeichen. Einfach nur nicht falsch. Eine Packung Wunderkerzen. Und das ist ja auch was anderes drin. Ne, zum Wunderplatz. Ne. Dann Horrorschocker von Pyro Partner. Die Kante ist so gar nicht. Das ist hier eine komplette Packung. Das ist ein Superböller 2 mit P2-Zulassung noch. Sehen von der Vorarbeitung her noch ganz gut aus. Grüne Lunde. Mit alten VBI Zeichen noch. Sehr schön. Als nächstes. Auch ein Highlight. Und zwar Weko Schienknaller. Aus den 80er Jahren. Mit den schönen alten Cover wie ich finde. Also ich finde das ja herrlich. Und wenn man auf der Seite schluss auf der Kamera sieht. Hier sieht man es ein bisschen noch mit Grauel unter. Also sehr sehr schön. Dann Flashcracker. Das sind so Knisterschwärmer von Weko. Mit Sachsenfeuerwerkslogo noch. Auch richtig schön. Dann Silberböbel von Weko. Auch hinten noch mit Kings Bay Logo. Also aus der Übergangszeit ist das. Da ist auch wirklich. Alte VBI Zeichen war auch noch drauf. Dann auch sehr schöne Böbel, die finde ich. Das sind von Feistel die Swaller. Das sind also wie dicke Brummer von der Art her. Eigentlich das gleiche. Sollen aber richtig geil sein. Einerseits sind die mittlerweile relativ teuer geworden. Also auf Ebay wird zum Beispiel so eine 6er Packung mit 6, 7 Euro gehandelt. Aber es sind halt da wirklich edel. Dann, das finde ich witzig. Pyroland 100 Kerzen. Weil genau so in eine Packung habe ich ihm auch reingetan. Was dann noch darüber lachen wird. So, als nächstes geht es weiter mit den China Dollar A von Feistel. Auch sehr sehr schön mit den Tannwald Tower. Aber es ist wirklich herrlich, herrlich, herrlich die Teile. Das ist wirklich sowas. Da freut man sich, wenn man sowas in Händen hält. Dann, die Knatter-Sirene von Morg-Niko. Kannte ich so gar nicht. Fand ich sehr schön. Mal sehen, ob die Kamera schon schaut. Jetzt. Sehr sehr schön. Ich liebe ja solches Zeug. Dann, eine Phantom-Sirene von WECO. Das 90er Jahre. Ja, 90er Jahre. Auch immer wieder schön so ein Teil. Fand ich für dieses Design. Und noch eine Luftikus-Fontäne. Auch von WECO. Auch 90er Jahre. Als nächstes Gigant-Kubischer Kanonschlag von WECO mit Sachsen-Fahrwerks-Logo. Und noch hergestellt im Freibach müsste das sein. Warum steht das eher? Als nächstes eine Packung Knister-Toni. Das sind Knatter. Ich habe Knall-Kids. Ähnlich. Also hier Star-Kids. Star-Kids umgelabelt. Finde ich aber richtig geil. Knister-Toni. Der Tony hat's drauf. So, jetzt. Pyroland-Sticker. Immer wieder gebrauchbar. Auch ein schöner Artikel. Alte Knallapsen von WECO mit Explosions-Logo. Auch immer wieder zu gebrauchen. Fritze Feuerspucker von Piepenbrock-Pfeistl. Ja, diesmal ist es wirklich Feistl, wenn ich sage. Auch sehr, sehr schöne Vulkane, wie ich finde. Machen echt Laune. Und weinen die Schachtel im Top-Zustand. Dann als nächstes die Feuereier von WECO. Leiter ja auch bloß mit P1-Zulassung. Richtig geil. Also, wenn du die jemanden hinstellst, vielleicht versucht er noch die zum Frühstück zu essen. Ey, Spaß beiseite. Aber ich finde sowas mega. Also vom Design her ist das top. Bekommt auf jeden Fall bei mir auch einen Herrn Platz. So, noch was Spezielles. Und zwar der Sonnenvogel von WECO. Auch noch mit einem Warnzeichen. Richtig geil. So, herrlich, herrlich, herrlich. Oh, ich habe schon gestern das Messer noch vergessen. Passiert. Dann China Knaller, auch wieder von WECO mit einem Warnzeichen. Kennen wir ja mittlerweile. Ist ja schon die dritte Packung. Aber von denen kann man auch nicht genug haben. Dann WECO Cousar. Die 1309 Obello. Also die Cousar Crocker. Auch richtig geil. Sind mir von einigen Leuten empfohlen worden, dass das richtig geile Reiber noch sein soll. Deswegen bin ich auch froh, dass ich da mal eine Packung bekommen habe. Richtig geil. Okay. Jetzt geht es in das sehr hochwertige noch. Und zwar das Matchy Efernali. Oder Synchronfeuerwerk. Von WECO mit vier Effekten. Auch noch mit alten Warnzeichen. Auch richtig geil. So. Ich bin schon da ein. Der Akku ist nun gleich alle. Als nächstes die Blizzard oder Wintergewitter. Auch von WECO mit alten Warnzeichen. Sehr schön. Dann die Gigant. Von WECO. Auch nur mit alten Warnzeichen. Zwei schöne Vulkane sind da drin. Dann eine WECO Exportrakete. Auch immer wieder schön mit alten Warnzeichen. Knallkitz. Knatterfried. Und Meteorita. Alles auf drei Standortartikel, die wirklich in keiner Sammlung fehlen dürften. Dann noch ein Cosa Assault. Also Cosa Blister. 80er Jahre. Auch immer wieder sehr schön. Gut. Auch für jede Sammlung wirklich gut geregnet. Gut. Und zu kurzer Letzt. Sind hier noch die Siedenkarteln drin. Pyrrho Kayser. Und nochmal Pyrrho Kayser. Und dann noch von Silberhütten eine abgebrannte Pfeifpatrone. Pfeifpatrone. Ah, die ist schon abgebrannt. Da kann man die sich gefahrenlos in der Vitrine stellen. Zuerst wahrscheinlich. Ach ne, hier ist noch was. Und zwar die Silberwine Fontäne von FKW Keller. Auch eine richtig schöne Fontäne. Und da hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.